Moin Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechungs-Samstag. Mein Name ist Frank Fischer. Ich melde mich hier aus St. Elm auf Mallorca. Und direkt nach dem Intro gibt es die Infos zu diesem Bildbesprechungs-Video. Mega klasse, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich freue mich super über jeden von euch, der hier Samstag regelmäßig zuguckt. Natürlich auch über jeden Einzelnen, der einzelne Videos schaut. Es motiviert mich, die Klickzahlen zu sehen. Es motiviert mich, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Es motiviert mich, weiter Videos hier für den YouTube-Kanal anzufertigen. Und das Ganze natürlich auch gerne da, wo es ein bisschen schön aussieht. So wie jetzt aktuell hier in diesem Video auf Mallorca. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Samstag. Es ist 14.30 Uhr. Es ist Bildbesprechungs-Samstag. Und es könnte ja sein, dass du auch mal Bilder einsenden möchtest. Dann geh auf unsere Webseite, suche dort im Suchfenster. Das ist direkt oben im Hauptmenü, quasi in der Menüleiste. Da gibt es eine kleine Lupe, da kriegst du drauf. Gibt FAQ ein und dann landest du auf der FAQ-Seite für die Bildbesprechungs-Videos. Und da wird dir genau erklärt, wie auch du Bilder einsenden kannst. Ich würde mich super freuen, wenn du für eine der kommenden Folgen welche einsenden würdest. Und jetzt schauen wir mal, was es heute hier zu besprechen gibt. Das erste Bild für heute ist von Dave Hellbart. Und der Dave, der hat hier eine Landschaftsfoto oder eine Landschaftsaufnahme eingereicht. Ja, Dave, das ist zum einen eine sehr schöne Stelle mit diesem, weiß nicht, ist das ein Teich hier vor einem größeren See oder einem Teich vor einem breiten Fluss? Das kann ich nicht genau erkennen, aber es ist eine gute Stelle zum Fotografieren. Ich mag es, wie das Gras hier von unten rein wächst und den Durchblick, den das Ganze bietet nach hinten. Ich finde, es könnte ein bisschen kontrastreicher sein. Das heißt, der Himmel etwas mehr rausgearbeitet. Der hat natürlich an dem Tag keinerlei Struktur, ändert aber gar nichts daran, dass der sehr flau und pastellig wirkt. Und das finde ich, das passt zwar insgesamt ganz gut zu dem Licht im Vordergrund auf den Bäumen hier, aber es wäre meiner Meinung nach schöner, es hätte einen größeren Kontrast zu diesem weichen Licht auf den Bäumen hier im Vordergrund. Dann würde das Bild einfach ein bisschen dynamischer und lebendiger wirken. Oben rechts der reinragende Baum, der geht wirklich gar nicht. Der gehört einfach weggemacht oder eben das Bild da beschnitten oder was auch immer. Das wirst du auch im Sucher schon sehen können normalerweise, dass dort diese Stelle ist. Aber ansonsten und insgesamt trotzdem eine ganz gute Landschaftsaufnahme, wie ich finde. Von Detlef Boot haben wir hier eine Aufnahme, die ist am Güterbahnhof in Bremen entstanden. Das Bild heißt Tanzstunde, wenn ich das richtig deute, den Dateinamen. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, was ich sehe. Ja, ich sehe hier eine oder vielleicht sogar zwei Personen, die, beziehungsweise deren Füße und in so einer gestreiften Klamotte und das Ganze, weiß nicht, gespiegelt oder warum sehe ich das doppelt? Das kann ich mir im Moment nicht so richtig erklären, was genau ich da sehe. Ich mag das trotzdem. Ich frage mich, was ist diese dunkle Kante und vor allem, warum läuft da hinten so eine Ecke rein und ist dann da ein Spiegel? Ah, das ist ein Spiegel, der auf dem Boden steht irgendwie, vermute ich. Und das andere hier ist vielleicht dann eine weiße Wand. Aber so ganz genau erkennen kann ich das nicht, was ich wirklich sehe. Ich finde das aber gerade deswegen ein gutes Foto. Ich finde, dass das sehr dynamisch wirkt und auch zum Nachdenken anregt. Und insbesondere aufgrund dieser Hochkantenanordnung eben auch sehr verwirrend wirkt. Ja, ein Bild, das inspiriert. Vielleicht wäre sogar ein komplettes Schwarz-Weiß noch einen Tacken schöner gewesen. Dirk Verweyen hat hier ein Bild eingesandt. Das ist vom Leuchtturm in Travemünde. Ja, das ist ja so ein Leuchtfeuer dort direkt auf der Mole. Schöne Abendaufnahme, beziehungsweise lass mich mal kurz gucken. Von der Lichtrichtung her, höchstwahrscheinlich ist es eine Aufnahme morgens. Aber auf alle Fälle eine sehr schöne Aufnahme zur Dämmerung. Gute Positionen der Kamera, schönes Weitwinkel, schön viel drauf, sehr schön pastellig im Himmel. Ja, ich finde das ein wirklich gelungenes Foto. Und vielleicht hättest du noch ein bisschen mehr Raum nach rechts lassen können und dann vielleicht auf ein bisschen Raum links verzichten müssen aufgrund des Winkels. Dann würden wir noch ein bisschen mehr von der Hafenmohleneinfahrt sehen dort. Denn da endet das Bild so ein bisschen abrupt. Oder aber du schneidest direkt dort auf dem dunklen Bereich, also quasi knapp hinter der letzten Lampe, sodass es so ein bisschen so wirkt, als würde das Bild nach da hinten noch weiter gehen. Martina Wirtz hat dieses Bild hier eingesandt. Wir sehen ein Tier, das ich nicht zuordnen kann, was aber nichts heißt. Wer weiß, was es ist, gerne in die Anmerkung posten, also in die Kommentare hier unter. Das hast du schön freigestellt. Das guckt aus so einem, ich vermute mal Baumloch oder irgend so etwas raus. Im Hintergrund ist dann Wald oder zumindest grün zu sehen. Das hat eine gute Freistellung. Das ist gut positioniert im Bild. Ich finde es schade, dass der Vordergrund hier links am Bildrand noch so sehr in der schärfen Ebene liegt. Das ist dem geschuldet, dass die maximale Blendenöffnung deines Objektives 5,6 war. Es ist nämlich mit einem 100 bis 400 von Canon fotografiert. Und dadurch die Schärfe sich nach vorne das Stück eben ausbreitet, so wie es nun mal mit der Optik eben nur möglich ist. Aber vielleicht ist es noch ein bisschen weichzeichnet und kann zum Rand hin mit einem Verlaufsfilter zum Beispiel, mit einer Verlaufsmaske. Weil unter uns, das lenkt auch sehr stark ab, diese harte Struktur. Denn die ist in Wahrheit natürlich deutlich härter sogar noch als die Fellstruktur des Tieres. Und deswegen guckt man doch hier links relativ stark auf diese Baumrinde oder was immer das sein mag. Von Finn Schreiber haben wir hier eine Aufnahme eines fliegenden Hundes. Ich kannte bisher nur fliegende Fische, aber ganz offensichtlich gibt es auch das andere. So, Finn, Scherz beiseite. Du hast den Hund in der vollen Dynamik fotografiert, das heißt während des Sprungs. Das ist dir soweit auch ganz gut gelungen. Jetzt möchte ich ja bei sowas immer ganz gern, dass man eine Unschärfe sieht, damit man auch weiß, dass der Hund springt und nicht irgendwie an drei Fäden aufgehangen ist, wie so eine Marionette. Man sieht die Unschärfe, die resultiert aber glaube ich nicht nur aus der Bewegung, sondern auch daraus, dass es so ein bisschen Out of Focus ist. Habe ich das Gefühl, auf alle Fälle hast du nicht vernünftig mitgezogen mit der Bewegung des Hundes. Das ist auch schwierig, weil der so schräg diagonal durchs Bild springt. Da kann man nicht besonders gut mitziehen. Aber der Hund wirkt einfach unscharf und das ist natürlich keine gute Lösung für so ein Bild. Dann wäre sogar gestochen scharf und eingefroren über eine kurze Belichtungszeit noch besser. Welche Belichtungszeit du hattest, kann ich nicht auslesen. Keine Exif-Daten mitgesandt. Aber das Bild wirkt eben leider nicht so cool, wie es wirken könnte. Schwarz-Weiß-Umwandlung kann ich nicht sagen, ob das eine gute Idee gewesen wäre, weil ich die Farbe des Hundes nicht sehen kann. Ich nehme an, das ist eine Art Husky. Das heißt eher schwarz-weiß. Ich vermute der Sand und die Sanddüne im Hintergrund eher braun. Da hätte ich eine Schwarz-Weiß-Umwandlung gar nicht für nötig erachtet. Frauke Junghans hat uns hier ein Bild eingesandt, das sie oben auf der Zugspitze fotografiert hat. Ja, Frauke, schöne Landschaftsaufnahme. Hier auch einen guten Vordergrund gewählt. Schön auch, dass der unten nicht aus dem Bild rausläuft, sondern das Bild unten komplett abschließt. Da, wo dieses kleine Schneefeld ist, ein bisschen weiter nach oben geschwenkt und der Vordergrund würde quasi einmal kurz unterbrochen werden. Das ist so gut gemacht nach unten hin. Schön auch, wie der Bergkamm so von rechts kommend dann im Bogen nach rechts oben Richtung Ecke wieder in das Bild rausläuft. Das gefällt mir auch. Auch der See unten. Gute Wolkenstruktur insgesamt. Ein gutes Landschaftsfoto. Schön auch, dass wir nicht die ganzen Städte und Dörfer unten so sehr stark erkennen können, weil da ein bisschen Dunst draufliegt. Beziehungsweise auch du das nicht noch in den Rotkanälen satter gemacht hast. Das gefällt mir alles soweit wirklich gut. Und eine gute Alpenaufnahme. Von Hans-Jürgen Marquardt haben wir hier ein Dünenfoto aus Namibia. Namibia, gutes Thema. Wenn ihr Bock auf Namibia habt 2020 und ihr habt das mir noch nicht mitgeteilt, dann schickt eine kurze Mail an frank-at-beste-fotoschule-von-welt.de. Dann nehme ich euch in den exklusiven Namibia-Verteiler auf. Den gibt es im Moment noch nicht, aber wir planen die Reise gerade für 2020. Da kann ich euch dann auf dem Laufenden halten. Ansonsten hilft es auch immer, unseren Newsletter zu abonnieren, einfach um generell informiert zu werden. So, Sanddüne Namibia. Sehr schönes Foto. Cooler Farbkontrast aus Blau und Orange. Ich mag das Foto insgesamt wirklich sehr. Bei dir ist es so, dass du hast nur eine Blende von 11 genommen und trotzdem sehe ich diverse Blenden-Sensor-Flecken. Also jede Menge Dreck auf dem Sensor. Das bleibt in Namibia natürlich nicht aus, weil es dort relativ staubig ist. Daher hilft nur nicht so häufig das Objektivwechseln in Namibia, wenn man direkt vor Ort ist. Oder aber das nur in sehr geschützter Umgebung zu machen oder den Sensor selber zu reinigen. Das ist sehr schade, dass wir so diverse Sensor-Flecken im Himmel haben. Da haben wir vorne auf der Düne im Vordergrund, da sind ja unfassbar viele Menschen schon hochgelaufen, bevor du das Bild gemacht hast. Ganz offensichtlich auch noch so ein bisschen Dreck liegen. Den hätte ich zumindest digital beseitigt und dann anschließend vor Ort aufgesammelt und mitgenommen, weil Menschen müssen nicht überall Schmutz hinterlassen. Was ich gut finde, ist die Person oder die zwei Personen oben auf der Düne. Lass mich gucken, das sind zwei und da hinten stehen noch irgendwie zwei, die über den Kamm rüberlaufen. Die sind aber so klein, dass ihr sie im Video wahrscheinlich nicht sehen könnt, aber die geben ein gutes Größenverhältnis, sodass man gut zuordnen kann, wie groß die Düne ist. Gutes Namibia-Dünenfoto. Hans Nater hat dieses Bild hier eingesandt, ein Street-Foto. Ja Hans, du weißt es, ich bin nicht so ein großer Freund davon, Menschen, die in Not sind zu fotografieren. Ich hoffe, du bist mit dem Mann ins Gespräch gekommen. Ich habe auch schon mal ein Foto gemacht und veröffentlicht. Das wissen viele von einem Obdachlosen am Hamburger Hauptbahnhof, weil die Szenerie einfach skurril war. Aber ich habe hinterher, nachdem ich das Foto gemacht habe, mit dem Mann gesprochen. Ich habe mit ihm über seine Situation gesprochen. Ich habe ihm das Bild gezeigt. Ich habe mir das okay eingeholt und so weiter und so weiter. Ich hoffe, das hast du ja auch getan, weil sonst bin ich kein großer Freund davon, Obdachlose oder Menschen, die sonst wie in Not sind und auf der Straße, wie in diesem Fall, betteln, zu fotografieren. Foto an sich ist trotzdem ganz gut, wobei ich mir wünschen würde, wir würden in der Spiegelung noch mehr erkennen, was im krassen Gegensatz zu dem Herrn, der da am Boden sitzt, ist. Also mehr Reichtum, jemand mit der Gucci-Handtasche oder irgend so etwas würde mir besser gefallen als das, was ich da sehe. Nämlich jemanden, der Fahrrad fährt, jemand, der dahinter mit einem Fahrrad hinterher fährt und einen Aufsteller, so einen Passanten-Gehweg-Stopper, wo ich nicht genau weiß, was draufsteht. Das finde ich nicht ganz so gut, denn wenn die Seite mit der Spiegelung unwichtig ist und du kannst ja mal schreiben, warum du sie mir draufgenommen hast. Vielleicht ist sie für deine Bildidee wichtig. Dann finde ich den Bildschnitt nicht besonders gut, weil wir eben einfach den Herrn so mittig positioniert haben und der einfach dann nicht so richtig gut zur Geltung kommt. Von Katrin Wolke ist diese Einsendung hier, hätte auch gut vor zwei Folgen sicherlich in die Afrika-Folge gepasst, dass ein Bild von einer kleinen Elefantenherde und einem Teil einer Elefantenherde sehr schön fotografiert, schön hier im Buschland, gefällt mir sehr gut. Gute Tonung. Man sieht ja auch, dass im Vordergrund weiteres Gestrüpp war, was so ein bisschen den Schärfen mindert auf dem Elefantenbullen oder nächsten Elefantenkuh, glaube ich, hier im Vordergrund in der Mitte. Aber mir gefällt die Tonung insgesamt, ich finde das eine sehr gute Szenerie, ich finde es eine tolle Schärfe, gutes Foto von einer Elefantenherde. Kevin Krause hat dieses Bild hier eingesandt, auch so eine Art Landschaftsaufnahme, sage ich mal, weil die Landschaft kommt auch ein bisschen kurz. Im Vordergrund hier dieser unscharfe Fels, dann kommt Gestrüpp, Kiefern, tote Bäume und so weiter und dann gibt es im Hintergrund einen Höhenzug, der offenbar unterhalb besiedelt ist und eine mit sehr wenig Schärfen. Struktur versehen im Himmel. Ein Foto, das ich nicht gemacht hätte, ich gehe mal noch ein paar weitere Mengen ein. Oben rechts der tote Aste, der reinragt. Unten rechts in der Ecke gibt es so einen hellen Fleck. Insgesamt sehr kontrastarm, kein gutes Bild, keine echte Landschaftsaufnahme. Nichts, was mir wirklich irgendwie gut gefallen würde. Es freut mich, dass du es zum Ende zugeschaut hast. Dir scheint es gefallen zu haben, das ist ein guter Grund, mal einen Daumen nach oben zu geben und das Video positiv zu bewerten. Soll es dir nicht gefallen haben, schick gerne eine Mail mit deiner Kritik an frank-at-bestefotoschule-von-welt.de oder kommentiere so oder so, positiv oder negativ, hier unter diesem Video. Wir versuchen immer besser zu werden und ich hoffe, das gelingt uns auch über die Zeitdauer. Guck dir mal Folge 3 an, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie sich die Serie hier auf dem YouTube-Kanal entwickelt hat. Und vor allem, zeig mir mal irgendwo ein Format, was so rund 200 Folgen am Stück wöchentlich hat. Das ist, glaube ich, schon ziemlich herausragend im deutschsprachigen Bereich. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Schau auch am Mittwoch vorbei, wenn es das Fototutorial am Mittwoch gibt. In diesem Sinne immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder. Danke.